Tag Leute und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Heute machen wir wieder weiter in so ein Piratengebiet. Ja, es wird sich wieder ein bisschen tun. Es wird nicht unbedingt schöner heute wieder, weil wir eine zweite Achterbahn bauen werden. Aber ich denke mal, im großen Ganzen wird das schon wieder ein Stück weiter gehen. Als erstes machen wir die Kaserne, die jetzt hier um die erste Achterbahn kommt, machen wir erstmal so ein bisschen schicker. Das heißt, hier wird so eine Kaserne, sag ich jetzt mal, gebaut vor, wie aus Monkey Island, Curse of Monkey Island, wo Guybrush am Strand gestrandet ist und nach Elaine gesucht hat. Ja, und das ist das Ding. Das habe ich erstmal nur grob aufgebaut, weil ich irgendwie jetzt noch nicht so groß Lust hatte, das weiterzumachen. Ich habe mich erstmal den anderen Sachen gewidmet, wie die zweite Achterbahn. Das ist ja eine sehr extreme Achterbahn und ich habe mir gedacht, wir brauchen noch eine familienfreundliche Achterbahn. Vor allen Dingen, das Interessante daran ist, die ist natürlich auch viel besser besucht als diese hier. Also eine extreme Achterbahn ist vielleicht gar nicht mal so gut wie eine Familienachterbahn. Aber ich glaube, man braucht einfach beides irgendwie in so einem Park. Bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Vor allen Dingen, was jetzt bald kommt, das ist richtig cool. Die haben letztens bei dem Planet Coaster Podcast oder was auch immer, ich habe mir das nicht live geguckt, weil ich das ein bisschen zu lange finde. Die machen zu viele uninteressante Sachen irgendwie. Deswegen gucke ich mir das nie an und gucke einfach nur in den News, was die dann so ankündigen. Und zwar haben sie eine Monorail angekündigt. Quasi noch eine zweite Transportmöglichkeit. Die erste ist ja diese Bimmelbahn da, dieser Zug, dieser rote. Den finde ich eigentlich schöner, aber die Monorailbahn ist eigentlich auch ganz wichtig, finde ich. Die ist einfach effektiver wahrscheinlich. Ist nicht ganz so schön, ist ein bisschen moderner alles, aber naja. Stell ich mir auf jeden Fall gut. Ich hoffe, die Transportmöglichkeiten kommen bald rein. Denn das sind ganz nette Sachen. Kann man schön im Park rumfahren. Die Leute kommen zu den Stationen schneller. Und ja. Ich mache gerade so ein bisschen so Mauerdinger da noch rein, weil ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Das ist einfach alles noch so ein bisschen komisch, aber das wirkt meistens erst immer am Ende, wenn man fertig ist und nicht so mittendrin. Ist schon komisch. Jetzt haben wir aber kurz einen Cut gemacht. Wir sind dann rübergegangen, weil ich da gestoppt habe und gehen rüber nach, ja, in die rechte Ecke von unserem Park. Oder linke Ecke, wie man es nimmt. Und bauen die zweite Achterbahn. Die wird ein bisschen harmloser. Also eine Kinderachterbahn, obwohl die auch ganz schön ist. Also ich würde sie auch benutzen, auf jeden Fall. Äh, ja. Die geht über, quasi über unseren Tunnel so ein bisschen. Und dann geht die gleich zwischen die Schiffe durch. Weil, ähm, ja, keine Ahnung. Fand ich einfach schön. Wir benutzen das Terrain so ein bisschen. Und die sollte aber auch nicht ganz so groß werden, dass ihr wieder so viel einnimmt. Die nächste Achterbahn, die ich bauen werde, die wird nicht in dem Park hier sein, sondern in dem, äh, in dem anderen Themengebiet. Weil wir jetzt schon zwei haben und das echt schon viel, äh, viel von der Atmosphäre wegnimmt. Also wenn wir noch eine bauen würden, das wäre zu viel, glaube ich. Machen wir dann in einem anderen Themengebiet und machen dann, äh, erstmal hier alles schön, bevor wir weitermachen. Das machen wir an, eigentlich gleich am Ende auch nochmal. Ähm, ja, da müssen wir nochmal gucken. Die Achterbahn, die ich jetzt hier baue, die ist auch noch nicht hundertprozentig fertig. Also die, das grobe Gerüst steht. Ähm, aber ich habe sie noch nicht, äh, detailreich, äh, sag ich mal, gemacht. Also ich habe noch nicht die ganzen kleinen Ecken und Kanten rausgemacht. Was ich hier sonst immer rausmache. Ähm, und die rumpelt noch so ein bisschen. Also die ist noch so ein bisschen zackig unterwegs. Da sind, äh, die Kurven, die man fährt, ganz schön abrupt und so. Ähm, am Ende werden wir gleich damit mal fahren. Aber, äh, ihr seht schon mal, was ich so vorhabe. Und, äh, dann das Mooden, wie man das nennt, macht man dann am Ende. Oder wir machen das am Ende. Ähm, ja. Äh, die Achterbahn hat, äh, zwei Lifte. Warum, weiß ich nicht. Fand ich einfach mal interessant. Äh, es sind sehr kurze Lifte. Also keine großen. Und, ähm, die Achterbahn läuft quasi durch die Piratenschiffe durch. Und dann auch nochmal den Sumpf rein. Das finde ich eigentlich ganz cool. Weil der Sumpf sonst, ja, eigentlich nur noch aus der Psychola besteht. Und das ist ein bisschen langweilig. Vielleicht machen wir da noch was rein. Mal gucken, wie das so läuft. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass die Achterbahn über den Weg läuft. Am Anfang, das macht das Ganze doch so ein bisschen lebendiger, ne. Und, äh, ansonsten, ja, mal gucken, mal gucken, was draus wird. Ähm, das Ganze müssen wir natürlich auch noch schöner machen. Vor allen Dingen hier diese, ähm, Inseln hier habe ich gerade jetzt angefangen zu machen. Ähm, die müssen wir auch so ein bisschen lebendiger machen. Weil sonst haben wir nur so zwei weiße Punkte im Wasser. Und das ist auch nicht schön. Da werden wir auch noch was drauf bauen und so. Ähm, ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir jetzt mal langsam mit dem Piratenpark fertig werden. Wenn, ja, es ist eigentlich nur ein kleiner Teil von unserem Park. Also, der Piratenpark, äh, ist nämlich, weiß ich nicht, 22% vom Park. Und der große Rest ist halt das Fantasy-Gebiet. Beziehungsweise dann kommt vielleicht ein Western-Gebiet, habe ich mir überlegt. Statt dem Sci-Fi-Gebiet erstmal. Ähm, ich hoffe, die bringen bald die, äh, Achterbahn rein von den, äh, die Holzachterbahn. Denn, äh, ja, das sind eigentlich meine Lieblingsachterbahnen. Von daher, keine Ahnung. Äh, wäre schön, wenn die noch mit reinkommen würden. Ansonsten machen wir erstmal so ein bisschen Deko auch hier in den Park rein. Das ist ganz wichtig. Also, ich möchte erst mit diesem Abschnitt fertig werden, bevor ich den nächsten mache. Ähm, und das wird uns noch ein paar Episoden, äh, ja, kosten. Also, ich denke mal so, ich weiß nicht, wenn das jetzt in dem Tempo weitergeht, sind es bestimmt noch vier, fünf Episoden, in denen wir, äh, mit dem Park hier beschäftigt sind, bevor wir weitergehen. Vielleicht auch nur drei, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie lang die werden und vor allen Dingen, äh, ja, wie schnell ich vorankomme. Ähm, denn wir müssen das Ganze ganz schön detailliert machen. Vor allen Dingen mit den Gebäuden bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich die mache. Ähm, das wird ein bisschen knifflig. Der Eingang, der ist auch noch nicht hundertprozentig fertig, aber ich sag mal zu so 70, 75 Prozent ist er fertig. Äh, es fehlen mir einfach noch ein paar Details. Und, ja, vor allen Dingen die Berge und diese Kliffe, äh, Kliffe, oder wie sieht man das? Kliffe? Kliffs? Kliff? Äh, die sind noch nicht ganz cool. Ähm, und, ja, die Brücke hier, die ist auch noch so ein bisschen, ja, die sieht noch ein bisschen zu fake aus. Das müssen wir auch noch hinkriegen. Ähm, ansonsten ist der Eingang eigentlich ganz schön geworden bis jetzt. Wir werden gleich nochmal eine Tour durchmachen und, ähm, ich hoffe, ich hoffe, es gefällt euch am Ende. Ähm, wir werden einmal kurz die Achterbahn reiten. Reiten? Fahren. Oh Gott. Äh, wir werden die, äh, Achterbahn fahren und, ähm, dann werdet ihr direkt sehen, was ich meine. Also, die ist noch nicht fertig. Die ist sehr, sehr zackig, so nach links und rechts wird man, weiß ich nicht, geschossen, äh, geworfen. Und, ähm, ja, da gerade probiere ich gerade mal so einen Brunnen, aber das sieht so hässlich aus. Da habe ich mir gedacht, nee, das machen wir nicht. Das machen wir anders. Ähm, der kommt dann am Ende wieder weg. Also, das, was ihr jetzt seht, das wird leider alles wieder weggenommen, weil, äh, das mir einfach da in der Mitte irgendwie dann doch nicht gefiel. Und ich einfach spontan entschieden habe, das machen wir doch nicht und machen dann erstmal an einer Ecke weiter. Ähm, schwierig fand ich den Übergang hier von Sumpf nach, nach Piratenstadt, weil ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich da für Foliage, also für diese, diese Büsche, was ich da nehme. Da habe ich meine gute alte Scaveola genommen, die wir immer benutzen, äh, Steine, dass das ein bisschen natürlicher alles aussieht, das Cliff hier. Äh, und, ja, das ist auch kein, kein Weg, wo die Leute hergehen können. Von daher weiß ich nicht, wie viel ich da machen werde. Ich habe dann dann irgendwie so ein Dead End gemacht mit so ein paar Kisten und so. Ähm, Beleuchtung habe ich gerade noch gemacht. Und an und für sich glaube ich, dass der Park ganz gut wird, also der Piratenpark, aber, ähm, ja, mal schauen, wie wir mit den Gebäuden hinkommen. Die Gebäude müssen echt wirken, sonst wird das Ganze fail, denke ich mal. Ähm, mal schauen. Diesen Torbogen übrigens, den finde ich ganz cool. Den habe ich ganz vergessen, dass der überhaupt existiert und den habe ich dann durch Zufall wieder gesehen und habe gedacht, ach ja, den brauchst du. Den habe ich dann direkt zweimal gemacht, weil ich den so geil fand. Äh, aber, ja. Ja, auch nicht zu übertrieben reinmachen, sonst, äh, sieht das wieder auch nicht aus. Ähm, es wirkt wahrscheinlich noch nicht so toll, weil nach hinten, also Richtung Piratenpark noch nichts ist und da sieht man halt diese grünen Berge. Deswegen ist die Perspektive noch nicht so schön, aber ich glaube, sobald wir da was haben, ist das richtig cool, wenn wir dann das Piratendorf, sage ich jetzt mal in der Ferne, sehen. Richtig, richtig cool. Also, äh, wie nennen wir das, äh, 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 Polo irgendwas, keine Ahnung. Puerto Polo, genau, Puerto Polo. Und, ähm, so hieß, glaube ich, das erste, erste Dorf da aus Monkey Island. Nicht, äh, Barber Coast oder so, das war der Friseurladen, wo Haggis drin war. Äh, nee. Wir machen jetzt erstmal weiter hier noch ein paar Steinchen rein. Ähm, ansonsten switchen wir jetzt mal rüber in die Live-Ansicht. So, da sind wir jetzt live und so sieht das jetzt aus. Ähm, ganz cool, hoffe ich. Ähm, ja, also im Hintergrund sieht man schon das vor, aber wenn das fertig ist, sieht das mit Sicherheit zehnmal besser aus. Also, das garantiere ich euch. Äh, jetzt sieht das halt noch ein bisschen nackt aus, deswegen macht das die Perspektive so ein bisschen kaputt. Und ihr seht, wie viele Leute hier einfach anstehen für die, äh, Kinderachterbahn. Was für mich einfach, keine Ahnung, äh, faszinierend ist. Ich find's einfach krass, wie viele Leute darauf rollen. Die ist auch ganz cool, muss man sagen. Die ist auch echt sehr cool. Wir würden, ähm, ich glaube, damit sehr viel Geld machen, wenn das jetzt eine, ja, so eine Art, äh, Dingens-Modus wäre. Challenge-Modus. Aber, ja, erst mal ist die for free quasi. So, da fahren wir erst mal runter, fahren nach links. Ups, da hatte ich kurz Steam-Overlay an. Sorry, Leute. Ähm, und dann geht's einmal nach rechts und links. Einmal einfach so eine Rechtskurve, immer so ein bisschen wie die wilde Maus quasi. Und dann geht's irgendwann runter, ab durch die zwei Piraten-Schiffe. Das ist alles noch so ein bisschen holprig. Also, das muss auf jeden Fall ausgebessert werden. Und dann geht's auch schon wieder weiter Richtung zweiten Lift. Und der zweite Lift, der zieht dann wieder hoch. Und dann müssen wir da irgendwas machen. Vielleicht so ein Gebäude drum oder so, wo so ein bisschen, weiß ich nicht, so Musik und so läuft. Ähm, und dann geht's nämlich ab in den Sumpf. Ähm, nicht zu krass in den Sumpf rein. Also, ich hab da jetzt nicht die komplette Achterbahn durchlaufen lassen. Aber nur mal so ein kleines bisschen angetatscht, dass man mal was anderes sieht vielleicht. Ähm, und, ja, einmal so nach links ist der Sumpf. Und dann fährt man aber auch schon direkt wieder nach Hause. Und dann ist man schon da. Relativ kurz, glaube ich. Ähm. Obwohl eigentlich so kurz ist es nicht. Es ist ganz gut. Ich mag's eigentlich. Äh, die nächste Achterbahn wird sehr viel länger. Aber auch sehr viel kleiner. Die nehmen immer sehr viel Platz an in der Achterbahn. Ähm, und die nächste wird schön klein und mit viel Looping und so. Ja. Das ist meine Lieblingsanfaktion, weil die Musik einfach so geil ist. Ja. Und dann gehen wir jetzt nochmal weiter zur Piratenschaukel hier. Da müssen wir auch noch alles fertig machen. Wir haben so viel Arbeit davor. Und es wird so viel Arbeit sein für mich. Aber das mache ich. Da sehen wir einmal ganz kurz hier noch die, äh, zweite Achterbahn. Und dann die etwas krassere. Und die geht ganz schön ab. Ja, Leute. Ähm, ich würde sagen, ähm, das ist so der Stand der Dinge. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ähm, ihr könnt ein Like da lassen. Wenn ihr mehr von Planet Coaster sehen wollt. Wie gesagt, ich kann die Videos leider nicht täglich bringen, weil es sehr viel Arbeit ist. Und ich dann auch manchmal motiviert sein muss, sie zu machen, weil, äh, man da wirklich ein, zwei Stunden dann dran sitzt an so einem Video wie jetzt hier. Ähm, und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Haut rein. Bye.